Das Bittgebet, um etwas zu verlangen, teilt sich in zwei Kategorien ein. Erste Kategorie ist, um etwas zu bitten, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist, es zu erfüllen. Und diese Art von Bittgebet ist Schirk, ist Politeismus. Die zweite Art ist, um etwas zu bitten, wozu Menschen auch in der Lage sind, es zu erfüllen. Und diese Art der Bitte unter den folgenden Voraussetzungen ist erlaubt. Erstens, dass man verinnerlicht, dass derjenige, den man bittet, nur ein Mittel ist und selber keinen Einfluss auf die Vorherbestimmung hat. Zweite Voraussetzung ist, dass er in der Lage dazu ist, die Bitte zu erfüllen. Drittens, dass er zum Zeitpunkt der Bitte anwesend ist. Und viertens, dass derjenige, den man um etwas bittet, lebendig ist. Wenn man jedoch glaubt, dass derjenige, der gebeten wird, einen Einfluss auf dieses Universum hat und die Macht dazu besitzt, Gutes herbeizuführen und Schlechtes abzuwenden, so ist dieser Glaube, Schirk, Politeismus. Eine Anmerkung hierzu. Wir erwähnen hier nur die Urteile über die jeweiligen Taten. Was aber die Urteile über die einzelnen Personen angeht, die diese Taten begehen, so müssen diese erstmal über ihre Tat belehrt werden und die Scheinargumente, die diese Personen haben, beseitigt werden. Außerdem sind es die Gelehrten, die im Endeffekt darüber richten dürfen, ob eine Person als Gläubiger oder Ungläubiger angesehen wird. Es gibt also einen großen Unterschied dazwischen, ob man ein Urteil über eine bestimmte Tat klarstellt oder ob man ein Urteil über eine bestimmte Person fällt, die diese Tat begeht.